In Annecy in den französischen Alpen findet jedes Jahr das Animationsfilm-Festival statt und es gibt als Preis den begehrten Kristall zu gewinnen. In diesem Jahr ging er an den französischen Beitrag Linda veut du Poulet, Linda will Hühnchen. Der Film erzählt die Geschichte einer Mutter, die Schwierigkeiten hat, ihr Versprechen zu halten, ihrer Tochter am Streiktag in Frankreich ein Huhn mit Paprika zuzubereiten. Der Preis der Jury ging an den Ungarn Aaron Gauder für seinen Film Four Souls of Coyote, in dem es um Indigene in Amerika geht. Der Fertig, wir müssen morgen Morgen beginnen. Le Festival du Film d'Animation d'Annecy ist, auf dem An, ein frein-aufsend mondiales, für den Film d'Animation. D'un côté, die Kreativität, de l'autre, die Business. Das sind die beiden Päulen im Fernsehen, die in einem gleichen Festival. A Annecy, Frédéric Ponsart für Euro News. A Annecy, Frédéric Ponsart für Euro News. You